Man kriegt im Leben selten was geschenkt und deswegen sind hohe Zinsen meiner Meinung nach zwar auch immer schöne Chancen, gerade jetzt mit Bezug auf Staatsanleihen, Tagesgeld, sichere Anlagen, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr verdienen kann aktuell als woanders. Aber was ich als großes Risiko weiterhin empfinde, sind hohe Zinsen, zum Beispiel im Kryptobereich. Oft wisst ihr gar nicht, was die Marktteilnehmer entsprechend mit dem Geld überhaupt machen. Denn wenn euch jemand hohe Zinsen oder hohe Renditen anbietet, dann geht das immer auch mit einem großen Risiko einher. Ist ja logisch, es gibt ja nichts zu verschenken. Also bedeutet das, wenn ihr irgendwie 9 oder 10% auf Stablecoins bekommt, dann sollten alle Alarmglocken angehen. Denn wie bekommt die Gegenpartei diese 9 oder 10% denn eigentlich zusammen? Oft sind hohe Zinsangebote eher ein Mechanismus, um vielleicht krampfhaft nochmal Geld aufzusammeln. Ich persönlich bin da halt einfach vorsichtig und warne deswegen vor hohen Kryptozinsen oder Zinsen allgemein. Passt da einfach auf, schaltet an der Stelle den Kopf an. Ihr wisst nicht, was die Gegenpartei damit tut. Wenn ihr das aber genau wisst und auch beweisen und klar machen könnt, dann ist das Risiko begrenzt, beziehungsweise ihr kennt zumindest auch die Konsequenzen. Wenn die andere Seite aber sich einfach nur denkt, ich brauche jetzt Kohle und bezahle damit eigentlich den nächstbesten, also kleines Schneeballsystem, dann seid ihr die Blöden, weil dann seid ihr vielleicht genau diejenigen, die gerade zuletzt in das Schneeballsystem reingekommen sind. wo fid면 nicht zu Hackenavait complaint wird. Da oben sieht man noch viel gleich ausgeratsu, ich hab mir das珍ư Handlung verkauft. Also wie ein paar Formen der Prinzip auf und tut. Dann Crafti hat mich dabei.